Du hast mir immer gesagt, mein Traum ist es, Profi zu werden, du bist es mittlerweile und ein anderer Traum war, Weltmeister zu werden. Das eine ist geschafft, das andere noch nicht. Ja, das sind so Steps in der Karriere eines Profisportlers, die man sich setzen muss. Mein Ziel war es immer, Rallyefahrer zu werden. Das hat relativ gut funktioniert. Danach kam dann irgendwie die Motivation und die Lust, auch weiter Karriere zu machen. Und dann kam der Zeitpunkt, wo ich dann gemerkt habe in 2009, hör mal hier Thierry, du hast jetzt eine Chance, die du nutzen musst. Sonst wirst du es bereuen, solltest du sie nicht nutzen. Das war natürlich mit viel Investition, finanzieller Investition und auch zeitlicher Zeit verbunden. Aber diesen Schritt habe ich gewagt, habe relativ viel Risiko genommen. Aber das hat sich am Endeffekt dann ausgezahlt für mich und ich bin auch froh, dass ich diesen Step gemacht habe. Und ja, ich denke, das sind so Sachen in einer Karriere, das sind so Schritte, die man wagen muss. Es sind einige, die Rücktritte in verschiedenen Situationen gemacht haben, die es wahrscheinlich jetzt auch bereuen. Aber bei mir war das immer so, nicht nach hinten schauen, immer nach vorne schauen und sich dann so etappenweise Ziele setzen. Mittlerweile bist du ja Profisportler. Du musst keine Sponsoren mehr suchen. Du gehörst, sagen wir mal, zu den gutverdienenden Sportlern. Kann man im Rallysport Geld verdienen, wenn ich vergleiche, mit den Gehältern, die es im Fussball gibt oder im Golf oder in der Formel 1 zum Beispiel? Ja, es ist natürlich wahr, dass mittlerweile jetzt seit einigen Jahren ich einer der Gutverdiener bin. Ich denke, das habe ich mir erarbeitet. Es war relativ, wie bereits vorhin angedeutet, mit viel finanzieller Investitionen verbunden. Es mussten auch Investoren gefunden werden, die natürlich heute auch davon profitieren. Aber das war auch ein Schritt, den ich gewagt habe, der mit sehr viel Risiko verbunden war. Aber im Endeffekt bereue ich es nicht. Ich habe hart dafür gearbeitet. Und ja, mittlerweile kann ich mir dann hier und da das eine oder andere Geschenk machen. Bei mir ist es meistens so, dass nach einem guten Resultat ich mir immer ein kleines Geschenk erlaube, ob es jetzt ein Fahrzeug sein soll oder sonstiges oder ein paar Tage Urlaub. Und das motiviert mich dann auch immer, mein Bestes zu geben bei jedem Rennen, um mir danach ein kleines Geschenk machen zu können. Andererseits ist der Rallye-Sport ja auch gefährlich. Die neuen WRC-Autos der jetzigen Generation sind unheimlich schnell. Man sieht es zum Beispiel in Finnland oder in Polen hat man es gesehen. Dort gibt es viele Abflüge jedes Mal. Hast du Angst? Denn du hattest ja dieses Jahr, ich kann mich erinnern an Epphorn, einen ganz spektakulären Abflug. Dort ging es ja mehrfach rund. Da ist man manchmal froh, wenn man heil aus dieser Maschine rauskommt. Ja gut, es sieht immer ganz spektakulär aus. Meistens ist es noch glimpflich ausgegangen. Angst während der Fahrt habe ich keine. Ich weiß, dass der Sport mit Risiken verbunden ist. Aber ich mag den Sport sehr. Es ist ja aus meinem Hobby, ist mein Beruf geworden. Und mit der Angst und mit dem Risiko weiß ich, zu leben. Die einzigen Situationen, wo man Angst haben kann, ist wirklich, wenn man die Kontrolle vom Fahrzeug verliert. Und man sieht, dass es kein Zurück mehr auf die Straße gibt. Dann hat es schon mal Situationen gegeben. Ich kann mich an eine Situation erinnern in Finnland beim Testen 2014 oder 2015, wo wir dann halt einen richtig großen Abflug hatten und der glücklicherweise relativ glimpflich für uns ausgegangen ist. Es hat zwar einige blaue Flecken und sonstiges gegeben, aber die Knochen waren heil und das ist dann auch das Wichtigste. Aber du hast dich nie ernst verfolgt? Nein, bis jetzt nicht. Ich denke, das kann passieren. Aber wir versuchen natürlich auch immer, das Risiko einzuschätzen. Und ja, man weiß, dass etwas passieren kann. Genauso wie das bei mir der Fall sein kann oder bei meinem Beifahrer. Aber das ist das Risiko, das wir eingehen. Und ehrlich gesagt ist es mir lieber, wenn mir etwas beim Rennen zustößt, wie wenn ich über dem Zebrastreifen überfahren werde oder sonstiges. Toi, toi, toi für die nächsten Rallys. Du hast ja den Vertrag mit Hyundai verlängert bis Ende 2018, wenn ich richtig liege. Damals ist gesagt worden, Thierry Neu will weiter bei Hyundai, sollte er bei Citroën anheuern oder anderswo. Mittlerweile stellt sich heraus, es war eine gute Wahl, oder? Ja gut, ab dem Moment, wo man sich für etwas entschieden hat, muss man sich klar darüber sein, dass es die gute Wahl war. Ich habe nie eine Wahl getroffen, wenn ich nicht davon überzeugt war, dass es die gute Wahl war. Natürlich ist es nicht immer einfach in verschiedenen Situationen sich zu entscheiden, aber manchmal muss man einfach seinem Gefühl folgen. Und das hat mir gesagt, dass Hyundai in den nächsten Jahren sich weiterentwickeln wird. Es war klar, dass die ersten drei Jahre mit Hyundai relativ schwierig waren. Und es war auch gewusst, dass vor allem das erste Jahr eines der schwierigsten Jahre sein wird. Neues Team, wenig Motorsporterfahrung. Deswegen wussten wir, dass wir wahrscheinlich in 2014 nicht sehr konkurrenzfähig sein werden. Danach hat es einige Komplikationen gegeben. Das neue Auto für 2015 ist nie gekommen. Es hat viele Rückschläge gegeben. Das hat dann auch meine Karriere etwas verschwierigt und auch den Aufstieg etwas verlangsamt. Aber wir haben dann wieder die nötige Motivation zurückgefunden. Wir konnten 2016, vor allem in der zweiten Hälfte, gute Resultate einfahren. Wieder mal Vizemeister geworden. Und ab diesem Jahr wusste ich, dass Hyundai ein gutes Auto auf die Beine stellt. Selbst wenn ich es nicht fahren durfte, bevor ich unterschrieben habe, hatte ich doch die nötigen Informationen, um zu wissen, dass das Auto gut sein wird. Und dadurch konnte ich dann die Entscheidung treffen und bei Hyundai bleiben. Aber ich habe die erlebt, unter anderem in Corsica, bei der Corsica Rallye 2015. Das war ein richtiges Down. Dein Beifahrer Nikolaj Gilzul war auch am Boden zerschmettert. Und ich weiß nicht, was mit uns los ist. Also das sind so Punkte in der Karriere, wo es wirklich schwierig ist und wo man wieder nach oben kommen wird. Ja gut, es war schwierig. Aber solche Situationen hat es bereits im Vorfeld gegeben. Wir wissen damit umzugehen. Aber ganz klar, man muss auch das gewisse Quäntchen Glück haben in dem Moment, um wieder aus Situationen rauszukommen. Man muss hart arbeiten. Ich habe meine Ziele nie aufgegeben. Und ich denke, das hat mich heute dort hingebracht, wo ich mittlerweile bin. Es ist nicht immer einfach als Profisportler. Und man hat gesehen, bei vielen Profisportlern gibt es immer irgendwo in der Karriere den Moment, wo es etwas schwieriger ist. Wenn man dann schnell mal ganz unten steht. Vor allem im Motorsport ist man am einen Tag der Hero und am anderen Tag ist man dann wieder der Loser. Aber damit muss man umgehen können. Mit diesem Druck, mit der Presse und so weiter. Ich denke, als Ostbelger habe ich da relativ das Glück, dass wir eine kleine Gemeinschaft sind. Und dadurch die Medien, wie soll ich sagen, dass ich die Medien wenig anschaue. Ob es in Belgien ist oder auch in Deutschland oder anderswo. Gut, man schaut hier und da mal, was die heimische Presse durchschreibt. Aber den Rest interessiert mich eigentlich weniger. Solange ich weiß, dass ich meinen Job gut mache und das Maximum gegeben habe. Mehr als das kann ich dann nicht machen, um das Resultat zu verbessern oder zu verschlechtern. Was gerade von Medien. Wenn man jetzt immer schaut, wenn man halt im Fernseher sitzt, sieht man immer, da geht auf EP. Klatsch, stehen die ja schon wieder mit dem Mikro da. Deine Eindrücke. Nervt das nicht in dieser Konzentration? Nein, es gibt verschiedene Situationen, wo man genervt sein kann und dann hat man auch wahrscheinlich keine Lust. Und vielleicht manchmal auch nicht die Zeit, um wirklich Interviews zu geben. Und manchmal ist es auch besser, man vermeidet in diesen Situationen Interviews zu geben. In solchen Situationen muss man versuchen, so professionell wie möglich zu bleiben. Das ist auch das, was der Hersteller von uns Fahrern verlangt. Aber ich denke, für den Sport und generell ist es auch nicht schlecht, wenn hier und da verschiedene Fahrer die Gefühle zeigen. Und ich denke, wir sind auch nur Menschen und wir sind keine Roboter. Und hier und da gibt es Enttäuschung, gibt es Frust, gibt es Ärger und das kann dann hier und da auch mal aus einem heraus platzen. Aber es ist ein bisschen die Geflogenheit der innerbelgischen Medien, die Helden zu feiern, aber manchmal auch zu verdammen. Das hängt ein bisschen mit dem Erfolg und Misserfolg ab. Stört dich das oder nimmst du das überhaupt wahr? Ich muss sagen, ich habe eigentlich relativ wenig die Presse gelesen. Zu Beginn natürlich mehr, weil man halt das Milieu des Motorsports kennenlernen wollte und auch ein bisschen verstehen musste, wie das Ganze überhaupt funktioniert. Vorher hatten wir relativ wenig Kontakt zur Presse, mittlerweile ist es viel. Aber irgendwann kam dann auch der Zeitpunkt, wo die Interesse für mich selbst nicht mehr da war. Okay, ich wusste, ich bin jetzt einer der etablierten Fahrer, ich habe meinen Vertrag und ab dem Zeitpunkt sind die Medien für mich weniger interessant. Weil ich bin bekannt und ob sie jetzt positiv oder negativ schreiben, solange ich das Maximum gebe, um gute Resultate einzufahren und solange mein Hersteller mit meinen Arbeiten und Leistungen zufrieden ist, spielen die Medien eine kleine Rolle im Lebenslauf. Aber sie berichten sehr viel über dich, weil du dir natürlich auch sehr sprachbewusst bist. Ich sehe im Rückrupp, das ist also vor dem Pack von mir, sprichst du in Deutsch, Französisch, Englisch, alle möglichen Fahrer, sogar auf Plattdeutsch, wenn es sein muss. Also das ist relativ wichtig für einen Fahrer, gut zu kommunizieren. Ja gut, das ist Teil unseres Jobs. Mittlerweile ist es nicht nur mehr gut zu fahren, man muss auch gut berichten können. Und ich denke, als Ostbelger haben wir da den Vorteil, relativ viele Sprachen zu sprechen. Einige habe ich mir natürlich im Verlauf der Karriere angeeignet und das hilft mir in vielen Situationen, gute Interviews zu geben. Das kommt auch gut an bei den Fans, bei den Zuschauern. Es sind einige Sprachen, die ich gerne lernen würde. Aber wie gesagt, im Moment muss ich mich auf meine Karriere konzentrieren und auf das Fahren konzentrieren.